einen wunderschönen guten tag meine freunde vom göttelbecken sports heute starten wir mal der göttelbecke brembecks konnten einen besuch ab ich war hier schon mal mit dem guido m schaumann schöne grüße gehen raus möchte mal einen zwischenstand mal angucken wie es jetzt hier aussieht vielleicht ist das ding auch schon renaturiert oder abwasserfrei oder 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 ich weiß das selber nicht hier kriegt so einen schönen frisch wasser zulauf und hier haben wir die brembergs konnten stellt sich jetzt die frage abwasser drin oder nicht von der farbe her würde ich jetzt behaupten ja doch 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 da floss gerade klopapier entlang die brenbergs konnten sind noch nicht abwasser frei da floss gerade klopapier entlang sehr schön alles klar wissen wir bescheid wollte ich mal einen kurzen besuch abstatten dafür nehme ich auch eine 60 kilometer tour in kauf bin auch wieder weg